In diesem Video werde ich einfach mal offen mit dir sprechen, warum du dich meiner Meinung nach für unser Traumabitur-Coaching bewerben solltest. Willkommen zurück, Oberschufenschüler, hier ist Leo Ecke, der Abitur-Coach und heute möchte ich einfach mal ganz offen mit euch über unser Traumabitur-Coaching sprechen und warum ich der Meinung bin, dass einfach jeder einzelne von euch sich einfach mal für unser Coaching bewerben sollte, wenn er das noch nicht getan hat. Denn wir können mittlerweile einfach stolz und voller Selbstvertrauen sagen, dass wir mittlerweile einfach die beste Anlaufstelle sind, wenn es darum geht, stressfrei, sehr gut Noten zu schreiben und einfach auch ohne Druck den Wunschschnitt eben auch zu erreichen, den du dir eben forschst. Ich habe jetzt selbst meine Abiturprüfungen mit 1,0 abgelegt, habe mich dabei sehr gut gefühlt, habe keinen Stress gemacht, hatte Bock auf die Prüfungen, habe seitdem jetzt über 100 Oberstufenschüler wirklich persönlich intensiv betreut und ihm wirklich auch gezeigt, woraus kommt an. Ich kenne jede Ecke, jede Nische, habe allein 2018 über 10.000 YouTube-Kommentare und Instagram-Nachrichten bezüglich aller möglichen Fragen rund um Oberstufenabitur gesehen, beantwortet und auch die Probleme entsprechend gelöst. Das heißt, es gibt eigentlich, ja sage ich mal, nichts mehr, keine Frage mehr, die ich in Bezug auf Oberstufenabitur nicht schon mindestens dreimal gehört habe und nicht schon mindestens dreimal für verschiedene Personen gelöst habe. Und wenn du für dich persönlich sagst, hey, ich will wirklich einfach das Beste aus meiner Oberstufenzeit rausholen, sei es, dass du dich persönlich maximal weiterentwickeln willst, sei es, dass du wirklich sagst, ich werde dir besser mit dem Schritt rausholen, sei es, du willst deinen Schritt einfach nur beibehalten oder nochmal ein bisschen verbessern, aber vor allem diesen Druck, diesen Stress rausnehmen, dann bewerbe dich einfach kurz. Ja, ich kann dir im Vorfeld, weil ich dich persönlich nicht kenne, nicht im Vorfeld sagen, was genau, welches Coaching-Paket wirklich für dich das sinnvollste für dich ist. Ich kann dir nicht genau sagen, ob wir dich überhaupt aufnehmen werden, ich kann dir das alles nicht garantiert sagen, ja. Aber die einzige Sache, die ich dir garantiert sagen kann, ist, dass es einfach super schade wäre, wenn du für dich persönlich die Möglichkeit, dass es dazu kommt, vergehen lässt, weil, sage ich mal, zu faul bist, einfach auf den Link in der YouTube-Beschreibung, oder, sagen wir mal, dem ersten angepittten Kommentar drauf zu klicken, einfach dir mal das Video anzuschauen, dich mal zu bewerben, deine aktuelle Situation, ja, anzugeben und dann einfach auch mal mit jemandem aus meinem Team zu sprechen, der dich da ja schon beraten wird, ja. Wir werden dir ja von Anfang an sagen, hey, dann direkt annehmen, so, was sind gerade deine größten Probleme, wir werden gucken, wo liegt es genau in der Situation, wo willst du hin, ja, wo liegen genau die Unterschiede, was willst du konkret verändern, ja. Allein dadurch, dass du erstmal mit einer Person aus meinem Team sprichst und da selbst auch deine Situation mal reflektieren kannst, ja, wirst du schon so viele Dinge erstmal mit der eigenen Situation checken, ja. Und dann auch im weiteren Prozess, wenn du zum Beispiel bei uns dann auch im Beratungsgespräch mit mir beispielsweise sitzt, so, ich werde so intensiv von der Situation eingehen, wirklich im Detail schauen, wo ist das konkrete Problem, wo du schon so viele Aha-Effekte auch haben wirst. Und dann auch, wenn wir darüber sprechen, was sind dann deine Ziele, wo du hin willst, wo dir das für dich auch einfach nochmal klarer ist, ja. Und wenn du dann am Ende von dem Beratungsgespräch beispielsweise sagst, hey, ich habe auf jeden Fall auch Bock auf das Coaching-Programm, ja, und ich will da auch mit einsteigen und ich sage, und ich von meiner Seite auch sage, hey, ich glaube, es macht Sinn, dass du hier mit dabei bist, ja. Und wir uns dann auch dazu entscheiden, dass wir das gemeinsam machen, dann wirst du in dem Coaching so viele Dinge lernen, sei es, wie du die absolute Best-Loten schreibst, wie du jemals geschrieben hast, wie du das Ganze zeitlich möglichst effektiv gestalten kannst, dass du Freizeitest hast, wie du den Druck rausnimmst und vor allem wirst du dich auch persönlich super stark weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, auch eine Komponente, die viele immer stark unterschätzen. Natürlich geht es bei uns darum, wie du die Noten schreibst, die du dir wünschst, ja. Natürlich geht es bei uns darum, wie du den Druck, diesen Stress rausnimmst, aber es geht bei uns darum auch viel mehr, ja, weil die Noten zu verbessern, das haben wir mittlerweile für so viele Schüler gelöst, das ist fast schon so, wie soll ich sagen, so ein Nebenprodukt, ja. Also, wenn man ins Coaching kommt, das passiert einfach automatisch, du kannst dich eigentlich gar nicht gegen gewähren, dass deine Noten besser werden. Das ist wie, du bist bei uns im Coaching und dann passiert es einfach, ja. Weil es einfach schon die ganze Energie mit den anderen Teilnehmern und so weiter, das kann man einfach schwer beschreiben, ja. Genauso mit dem Druckstress, da gehen wir individuell auf dich ein, geben wir genau die Dinge mit, die du eben brauchst, um diesen Druck, diesen Stress rauszunehmen, ja. Dass du auf der einen Seite halt diese Notverbesserung hast, aber die Geistigkeit weniger Stress machst, ja. Das sind so viele von euch gar nicht vorstellbar. Aber wie solltet ihr euch auch vorstellen, wenn ihr euch nicht mal bewerbt und euch nicht einfach mal anschaut, was wir da auch wirklich konkret machen, ja. Und dann natürlich auch im dritten Schritt diese persönliche Weiterentwicklung, unabhängig von Schule, unabhängig von Stress, wie sehr du auch durch das Coaching wächst, wie du einfach auch zu einer neuen Person wirst, wie du dich weiterentwickelst und so viele Dinge auch erlernst und mitnimmst, die du dann nicht nur für die Schule, nicht nur fürs Abi, sondern auch fürs Studium und fürs weitere Berufsleben und einfach auch für dein privates Leben mitnehmen kannst, wo du einfach merkst, wow, ich hätte nie gedacht, dass sowas so möglich ist. Und deswegen, wenn du da dir selbst nicht die Möglichkeit verwerten wirst, dann sagst du, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt, ja, aber ich probiere es einfach mal, dann werbe dich einfach bei uns. Erster Link in der YouTube-Beschreibung, erster Link im angepinnten Kommentar. Vollkommen unverbindlich, ja. Natürlich kostet das Coaching-Programm, das ist definitiv, Preis ist unterschiedlich, hängt davon ab, was ich eben so in den Erstgesprächen dann auch mit dir ergeben, welchen Bedarf du überhaupt hast, wo wir dir überhaupt konkret helfen sollen und all solche Komponenten. Aber dass du für dich am allerersten Mal verstehst, wenn du dich aber wirbst, du verpflichtest du gar nichts, du musst nichts zahlen, wir beraten dich kostenlos, aus Beratsprüfung ist alles kostenlos, ja, wir wollen einfach nur dafür sorgen, dass wir durch unseren Prozess einfach ganz klar herausfinden, okay, was nämlich deine konkreten Probleme, wo willst du und warum hast du es noch nicht geschafft, dort hinzukommen, wo du hinkommen möchtest. Dann wissen, hey, bam, ja, daran liegt das, daran liegt das, daran liegt das, daran liegt das, können wir sagen, hey, pass auf, ich glaube, für dich, für dich, für dich ist das Coaching-Paket am besten, das Coaching-Programm, für dich machen wir das vielleicht da nochmal so individuell, weil ich glaube, das macht so am meisten Sinn und so weiter. Und dann kannst du dich beispielsweise auch mit deinen Eltern dann gemeinsam auch entscheiden, wolltest du dieses Coaching-Programm buchen oder nicht, ja. Nur, wenn du dich nicht anmeldest, wenn du dich nicht mal bewiebst, wenn du dich nicht mal auf den Link klickst, das einfach ausfüllst, wie sollen wir dir irgendwie helfen, ja, deswegen bitte, tu dir diesen Gefallen, geh auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung, geh auf den ersten Link im angepinnten Kommentar, klick einfach mal draus, füll das Ganze aus und dann, ja, werden wir sehen, wie weit das Ganze geht und ob und wie wir dir da konkret weiterhelfen können, nutze die Chance, erste Link in der YouTube-Beschreibung, ersten Link im angepinnten Kommentar, freue ich mich vielleicht bald auf dich im Coaching und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir beisehen uns im nächsten Video, dein Leo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.